Ja, bitte. Ich hätte gerne Slips. Größe 5? 6. Das ist reine Baumwolle mit 60%iger Polyester-Beimischung. Das Modell ist gesäßbetont, also darf er etwas knapper im... Ja, ja. Oder bevorzugen Sie es etwas knapper im Gesäß und darf... Nein, nein. Ich schaue mal rasch ins Lager. Größe 5? 6. Hier wird man wenigstens freundlich bedient. Sie können nicht sagen, dass ich Sie unfreundlich bedient habe. Na, ich bitte Sie. Unfreundlich bedient? Nein, wir sprachen gerade... Ich war vielleicht etwas unaufmerksam. Unaufmerksam, wenn ich runter ins Lager gehe. Sie sind ja auch gar nicht gemein. Ich hatte Ihnen nur gesagt, dass Streifen im Moment nicht gefragt sind. Sie haben das missverstanden. Sie werden doch hier nicht schlecht bedient. Seit 8 Jahren habe ich zufriedene Kurzscharfe. Wenn Sie mit meiner Bedienung nicht einverstanden sind...